Na gut, bin fertig. Was? Bin ich fertig? Ja. Auf geht's. Party hart jetzt. Und die Finger sehen mir schon etwas suspekt aus. Ja, wie? Ja gut, stimmt, wenn ich es noch nie gesehen habe, ja, macht Sinn. Oh fuck, ich habe doch Chips gekauft. Fuck, wo sind denn die? Eine Minute. Warte, da müssen wir jetzt jeden Tag hier questen. Ach du Scheiße. Ja? Ja, wir haben viel mehr Tokens hier, du. Oh ja, klar. Und du kriegst Kodex, ey. Ja gut, besser als nix. Ja gut, ich glaube in dem Dungeon krieg ich auch mehr EP, glaub ich. Also du ja auch. Ja. Ach, wie kriegst du? Ich krieg 51 Millionen, wenn ich die festmache. Was ist die hier? Ja. 1 auf 15 Millionen. Ja. Wie, wie krieg ich nicht? Ich krieg 7 Millionen. Ja. Ach, das ist ja cool, dann lohnt sich das ja quasi immer. Scheißegal, welches Level du bist. Ja. Ach du blödes Viech, du. Hm. Aber das da hinten ist kein Feind, gell? Okay. Äh. Scheiße, das ist ja ne Säule. Gehen wir da hin. Bis jetzt sehen die Viecher noch ganz human aus eigentlich. Bis jetzt in diesem Kampf kackt man dann ab. Näheh. Ja, we frypa. Okay-